Die Arme passen außen an der Bank. Der Kopf wird jetzt langsam nach unten geführt, der Oberkörper. Dabei ist es wichtig, dass ihr wohin schaut? Nach unten. Nach unten, genau. Was passiert? Elbungen sind wir da draußen. Was passiert mit den Argen und Argen nach außen? Nur Höhepacker. Und dann... Wicht wieder rüber, ne? Hab's dann ja gemacht. Wie wir es eben gelernt haben. Erst wenn das Gesetz über dem Oberkörper ist, für die Beine geschlossen. Und dann lasst ihr euch langsam nach vorne abholen. Und lasst sich jetzt den Kippen vom Kopf ran. Kopf direkt auf die Beine. Kopf vorne lassen. Aber jetzt nicht den Po da runter senken. Versuch mal ein bisschen später dieses Absenken der Hüfte. Lass mal die Hüfte so lang wie es geht. Meinetwegen auch in die Rückenlage rollen. Wir machen mal in die Rückenlage. Das glaube ich besser. Ich hoffe es vorne bis in der Nasse steht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.